schon wieder fertig. ich komm dir jetzt mal hier entgegen. da musst du vielleicht nicht mal die füße auflegen oder bist du zu schwer. nur ein bisschen auflegen, ne? ui, kommt ein Hörnchen. da ist doch wieder was. da ist doch irgendwas wieder los. komm, schnell die Nuss. das riesen teil. tschüss. ich mache mich jetzt hier vom Acker, ne? es ist ja noch genug da. ich briste noch ein paar Sonnenblumenkerne. die Aferflocken gehen die letzte zeit nicht so gut. warum? keine ahnung. das heißt die vögel brauchen jetzt gute nahrung. das sind insekten.